ja hallo und ich bin kaputt am mann mit ihr auf einem mieter hat man schnell anfangen gestern kann kein video tut mir leid um ich mag die ganz kurze anfang ich habe es sind keine Zeit gab den privaten Terminen heute habe ich wieder Zeit und denke mir mach ich doch mal ein bisschen was mit Lucky Blocks ich habe in letzter Zeit immer lieber Lucky Blocks gemacht dort habe ich getestet Lucky Blocks interessiere ich mich habe als kleine Pistole wie schießt die kann die überhaupt schießen n um den Starman habe ich im Gepäck das ich die Lucky Blocks von weiter weg aufbauen kann kann sind alles 0 dann kann die auch stecken eine Ender-Tress noch im Gepäck und im Schluss werden wir mit dem das ich habe nicht gehen nachdurchschuldigen uhr ich habe überlegt Diamantplugge hier, die hier, die ich jetzt schon mal hatte, also von Privat mal ein bisschen spielen. Ich habe etwa fünf Minuten geöffnet. Die werde ich jetzt auch nicht benutzen. Oh, angewunden. Weg, 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 weg. What the fuck, das ist OP. Alter, der One hitet uns, äh, dem gehen wir mal lieber aus dem Weg. Ja. Der verfolgt uns, der verfolgt uns, der verfolgt uns. Na toll. Komm, du sterbst, du, nicht ich. Weißt du was? Du, du mich. Komm, danke. Dann ziehen wir ihn jetzt nämlich los, der schwimmt irgendwo. Ja. Ich hoffe, wir kriegen all das auch mal noch was anderes raus. Diabloge, ganz okay. Äh, die Lucky Blocks sollte man eigentlich kennen. Die vordersten, das sind die Phantasia Blocks, dann die Astral, Spiral, TNT, Lucky Block Time Machine, Endergest und ja, da brauchen wir nicht. Weg damit. Das billig war. Ich öffne zuerst mal die Stärksten, das sind ja die Phantasia Blocks. Was haben wir hier? Phantasia Boots. Okay, die sind ganz gut. Würde ich mal behaupten. Also, das sind die, nein. Emerald Creeper, oh. Ja, Emeralds. Danke Gott, dass du mir Emerald Creeper gegeben hast. Mönchen. Nee, brauche ich im Futur. Nein, brauche ich nicht mehr, denn ich habe Hühner gefunden. Also, einen Huhn habe ich gefunden. Habe ich jetzt eingesperrt, werden die am Freitag sehen. Ich werde dann nämlich einen Huhn schlachten. Mit dem Hashtag Bum. Dann habe ich nämlich, wenn alles gut läuft, habe ich nachher genügend Essen für eine ganze Weile. Hat die Lutin? Nee. Ich dachte schon, dass die Lutin hat. Oh. Oh. Die baut mal Erde schnell ab. So, der letzte. Ach, brauchen wir nicht. Ich mache mal kurz Tag. Was habe ich jetzt falsch? Nee. Jetzt kommt hier Strahls. Nee. Werfen wir noch mal ganz viel auf einmal. Hm. Kann man dem was machen? Nicht, oder? Nee. Das ist wertlos. Meteoriten brauchen wir auch nicht. Drei Stück. Oh. Passer Sterne. Was ist das hier unten? Equip. Hier? Warnen. Won't work if you already have something on your head. Nee. Kann man sie irgendwie aufmachen? Nein, ich... Es steht auch noch, wisst ihr? Es steht auch noch, funktioniert nur, wenn du etwas auf deinem Kopf hast. Was ist denn das? Flaming, throwing, Sun... Komm, wir sind auf, Sun. Nee. Schade. Ähm. Machen wir weiter. Nochmals. Drei auf mal. Ja. Ja. Ah. Abbauen, abbauen, abbauen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Was ist das hier? Bauen wir uns mal nach oben. Ach. Ein... Das End... Dunkel. Das ist, wenn ich mich jetzt recht besinne, natürlich gerade zerpluppt. Ähm. Nicht so, die beste Rüstung, aber ganz okay. Der Spiral, der hat sich, glaube ich, gerade erst geupdatet. Da, komm ich da hoch irgendwie? Nicht ohne Blöcker, ne? Was ist das? Was ist das? Oh, Lollipops, Goldäpfel. Hellblaues Candy brauchen wir nicht. Perfekt. Oh, ich hau mir mal gleich die roten rein. Keine Ahnung, was zu machen. Speed. Geht. Okay. Also, wir haben ein bisschen was in Ausrüstung bereits. Durch das Ganze hier bekommen. Okay. Ach, komm. Da kam nichts Gutes dabei raus. Unsere Mentale ist voller Crab. Ach, mir alles nicht. Also, Crafting Table haben wir auch. Aus Glas natürlich. Wieso noch nicht? Wieso kommt da immer nur das raus? Ich möchte mal was anderes. Das Wasser hat mir gerade mein Leben gerettet. Danke, Wasser. Ein Problem. Wie, wie komme ich da wieder hoch? Ich muss kurz. Sorry. Schaut kurz weg. Wir müssen ja irgendwie wieder nach oben. Warte. Ha. Gimbo, Null. Ah, noch ein Block. Was ist das? Splash me. Hunger exit. Nee. Das möchte ich gar nicht, oder? Verdammt. Ja, der Idiot vom Dienst hat es ja doch noch gemacht. Deswegen springt er jetzt in die Lava. Perfekt. Ja, nehmen wir. Tinti. Broken. Nee. Das ist ein Broken-Müll. Das Ganze hier. Broken-Müll. Ich versuche es möglichst schnell, hier alles zu machen. Und ja. Ich habe übrigens noch wenig Zeit nur. So, nicht mehr viel Zeit. Da haben wir allerdings noch einen. Holen wir uns, holen wir. Hopp, hopp. Was kam raus? Nichts. Nichts Sinnvolles. Weg mit uns. Ja. Creeper-Hunger-Helmet-Protection. Nee. Der ist OP, oder? Also, er gibt nicht sehr viel Rüstungswagen, aber er gibt gute Effekte. Ich würde sagen, wir leeren uns mal kurz das Inventar. Einfach mal ein bisschen was hier reinwerfen. Unsere Helme. Alles möglich kurz rein damit. Ja. Und bauen wir den hier ab. Ja, mit dir. Hm. Abgewogen. Und... Wow. Killer-Häschen, Killer-Häschen. Nein. Nein, 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 nein. Weg mit euch, ihr dummen Killer-Hasen. Wusstet ihr, dass die früher in Vanilla waren? Also in normalen Minecraft ohne Mods? Ich glaube, in der Version, wo ich bin, sind die sogar noch Vanilla. Wo ist der Silberfisch? Hier, 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 hier. Da, ich, ich erwisch ihn noch. Dich erwisch ich nicht. Äh, ich tote mal kurz alles noch. Denn, dass mir etwas... ...doch noch etwas zu viel hier, was so... ...böse war und alles. Und wir müssen ja noch die Glöcker fertig abbauen. Die zwei... Da... Da... Weg mit dir. Weg, 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 weg. Ich töte dich. Töte dich. Töte dich. Wie viele Teile macht die? Zehn. Komm schon, du bist bald tot. Verdammt, ist das ein Boss oder sowas? Na toll, jetzt komm ich ja erst wieder raus, wenn die tot ist, ne? Jetzt vergiftet die mich auch noch. Na toll. Meine ganzen Sterne sind weg. Komm schon. Äh. Kann ich die nicht irgendwie... Killer gut. Wow. Ja. Dann wär's das mit den Lucky Blocks kurz ausrüsten. Und dann gibt's jetzt ein Cut. Wieso geh ich in den Gamer? Also jetzt gibt's einen Cut. Ja, da sind wir auch endlich wieder bei mir. Ja, endlich. Es ist Montagnach, darum bin ich jetzt ein bisschen leiser. Und ja. Ich bin auch unkreativ, weil ich mir den Boss holen musste. Und ja. Game Mode 0. Und kann mir dann starten. Battle, würde ich sagen. Und meine Ausrüstung? Ähm. Wir müssen nur, dass sie hier bekämpft. Ja. Dürfte aber etwas schwerer werden, als gedacht. Da die alle möglichen Effekte haben. Ja. Wir sind tot. Die One hittet uns. Ähm. Wo war der Kampf? Nein, jetzt weiß ich nicht mehr, wo der Kampf war. Ich hätte... mal nachdenken sollen. Und mir ein Sponpoint setzen. Ja. Jetzt darf ich suchen. Nee, wir... Da. Da vorn. Hey. Nicht, 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 nicht. Ich würde mal behaupten, wir haben hier keine Chance, an die Annot zu gewinnen. Äh, ja. Wirklich. So ziemlich genau. Keine Chance. Ist das der... Boss? Nee. Ja, jetzt verpisst euch. Ich möchte nicht gegen euch kämpfen. Ich möchte gegen eure Chefin kämpfen. Die, keine Ahnung, wohin ist. Ja. Bisschen dumm. Und ja... Kann man, glaube ich, nicht viel machen. Oder wo haben wir gespawnt? Hier vorn, oder? Können wir hier durch... Hoppa. Nee. Ja. Dann würde ich sagen, geht's ein anderes Mal dann das Boss Battle. Denn zeitlich habe ich keine Zeit mehr. Es ist jetzt 3 Uhr morgens. Wieder mal. Ja. Ja. Würde ich die Aufnahme hier jetzt mal beenden. Ja. Tut mir leid, dass jetzt das Battle doch nicht kam. Wir werden mit derselben Rüstung demnächst mal noch ein Battle machen. Wenn es für euch okay ist. Ja. Was mit heutem Video. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr schaut wieder auf meinem Kanal vorbei. Mich mir fällt an, ich hätte mit denen ja kämpfen sollen. Wenn das mal seht, wie schnell das ich hier unterwegs bin. Wenn ich mit Sneakern gehen würde, bin ich immer noch ziemlich schnell. Ja. Aber was mit heutem Video. Schön, dass ihr dabei wart. Hoffe, ihr schaut wieder auf meinem Kanal vorbei. Und ja, diese Lucky Blocks, die sind ja zu uns auch im Foto dabei. Ich hoffe, ihr schaut da auch mal vorbei. Ich werde meine Videos versuchen, ein bisschen zu verbessern. Qualität, Aufnahme, Programm will ich ändern, alles mögliche. Und morgen kommt noch während dem Foto eine kleine Zwischeninfo. Seht ihr dann. Und damit schön, dass ihr dabei wart. Und damit ciao, Leute.